Heute ganz einfach. Es geht darum, wie lockere ich mein Handgelenk. Ganz simpel, du nimmst dir einen Hammer, nimmst dir eine Wand mit hässlichem Putz dran und dann haust du dagegen. Und zwar schön den Hammer, die Arbeit machen lassen, schön schwingen. Wichtig ist, 72 Grad, die Kante muss 72 Grad auf den Putz treffen, damit der schön weg springt. Natürlich jetzt nicht. Damit auch das andere Handgelenk dran ist und die Hirnhälften sich vernünftig verbinden, muss man zwischen solches auch mit links machen. Das linke Handgelenk möchte ja auch gelockert werden. Vielleicht auch interessant für ein paar Männer, die eventuell Probleme mit ihren Handgelenken haben. Also, das war's mal wieder heute. Viel Spaß beim Putz abschlagen. Allein mit работы. Das ist das andere. MUZIEK Vielen Dank.